Hi, grüß dich Sascha, komm zu mir. So, Männer und Make-up, hm? Ja. Mein Name ist Sascha, ich bin 39 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, arbeite zurzeit als Abteilungsleiter und in meinen Hobbys mache ich Fahrradfahren und kochen. Du bist der große Make-up-Meister. Also ich habe Rosazia seit anderthalb Jahren. Ich hatte das gemerkt, dass sich Bläschen, Pickelchen, Knötchen gebildet haben im Gesicht. Ich dachte anfangs, das sei eine normale Akne. Doch ja, was man gemacht hat, ist nicht weggegangen und wurde auch schon öfter darauf angesprochen, ob ich ja vielleicht ein Trinkproblem hätte oder ähnliches. Und ja, bin dann zum Arzt gegangen und er hat halt ziemlich schnell festgestellt, es ist Rosazia. Ich leite sehr darunter, also weil ich arbeite als Abteilungsleiter und wenn ich dann in Gesprächen bin mit anderen, hat man doch oft das Gefühl, dass man gescannt wird in dem Bereich. Das mag dem anderen vielleicht gar nicht auffallen, aber mir fällt das dann schon auf und ja, es nagt dann doch an einem. Alle drei Monate gehe ich zum Hautarzt zur Kontrolle und ich bin da sehr zufrieden mit ihm. Bei mir wird aktuell die Rosazia mit einer Salbe behandelt, aber bei der nächsten Untersuchung bei meinem Arzt wollen wir dann umsteigen auf Antibiotikum, das ich dann von innen heraus quasi behandle. Also ich erwarte von Boris heute, dass er mir Schminktipps zeigt, dass ich mich schnell selbst schminken kann morgens und dass es auch wirklich dezent aussieht und natürlich. Das Aussehen von Männern wird immer wichtiger. Auch die greifen mal zu einem Augenbrauenstift, vielleicht ein Mascara oder Glanzpunkte mattieren mit einem Puder. Also das wird normal. Ich will dir auch so viele Tipps wie möglich geben, damit du das zu Hause, wenn du was machen möchtest, genau weißt, was du nehmen musst, wo was hingehört. Am besten Hände weg von Seifen oder Produkten, wo Alkohol, Lösungsmittel, Duftstoffe mit dabei sind. Morgens und abends die Haut mild reinigen und dafür geeignet sind am besten Gele oder Lotionen mit einem hohen Wasseranteil und mit so wenig Inhaltsstoffen als nötig. Sascha hat schon ein bisschen Erfahrung in Make-up, bekommt das schon ganz gut abgedeckt, aber da werde ich noch schauen, dass ich Tipps einbaue, dass es noch viel einfacher und natürlicher ausschaut. Also was ich als erstes machen möchte, ist ein Primer aufzutragen, dass wir den Glanz ein bisschen reduzieren können und da hält das Make-up einfach auch nochmal besser drauf. Du brauchst nicht flächendeckend mit Make-up arbeiten, sondern nur an den Stellen, die dich stören. Magst du einmal die Brille abnehmen? Also, schon mal was von einem Primer gehört? Nein? Okay. Das ist ein Pore Minimizer Primer. Das heißt, es ist mattiert, es lässt die Porung auf der Nase und gerade hier in dem Bereich, wo die Rötung vom Rosazea ist, dass sie die Haut ein bisschen auch empfindlicher und großporiger und einfach unruhiger, lässt es schon mal optisch gleicher ausschauen, ebenmäßiger. Und das ist farblos, das reduziert den Glanz auf der Haut, also das, was du hier wahrscheinlich auch von den Medikamenten, die du aufgetragen hast, das hier diesen ganzen Glanz gibt und auf der Nase. Und dann trage ich entweder, trägst du das mit den Fingern auf oder eben mit einem Pinsel. Da siehst du schon, was es hier macht, das nimmt ein bisschen die Röte raus. Wenn du eben Rötungen hast oder Rosazea, als Mann immer wichtig, ein bisschen zurückhaltender zu arbeiten, mit Make-up. Das heißt auch, die Medikamente aufzutragen nach der Gesichtsreinigung, die Anwirkzeit wirklich zu beachten von dem Medikament und dann die Tagespflege, eben Gele und Emissionen. Alles genauso wie bei den Frauen. Und dann eben, wenn das kleine Stellen sind, nur die kleinen Stellen wirklich abzutupfen mit dem richtigen Farbton, den rauszufinden. Da hilft vielleicht die Freundin oder die Kosmetikerin. Da brauche ich dann nicht das ganze Gesicht damit malen. Aber wenn es größere Partien sind, da wirklich das Make-up so zu setten, nennt man das. Das heißt, ich trage das auf, ich pudere das vielleicht nochmal ab, nehme nochmal ein Thermalwasserspray. Das beruhigt auch nochmal. Und dann wird das eher mehr zur Haut, als dass man sieht, dass das Make-up auf der Haut drauf ist. Siehst du, was das macht? Das ist schon mal ganz gut, glaube ich, oder? Das ist kein Make-up, kein Flüssig-Make-up, kein Puder-Make-up, sondern einfach eine Grundierung sozusagen. Die Haut gleichmäßig ausschauen lässt. Und das zieht schon mal ein bisschen was an der Röte raus. Okay, siehst du, der Glanz ist weg. Zweitens, die komplette Röte ist rausgezogen. Du hast einen relativ neutralen Hautton, bis auf eben diese Stellen hier auf der Nase und hier. Das heißt, du brauchst gar nicht die Stirn noch mehr bearbeiten. Das pudere ich gleich noch ab. Sondern wir hier gehen ganz partiell auf die Stellen, die jetzt noch zum Vorschein kommen könnten. Als nächstes, Concealer genau dorthin tupfen, wo rote Flecken oder Pusteln sind. Also nicht großflächig auftragen, sondern ganz gezielt dort auftragen, wo die roten Stellen sind. Wichtig dabei ist, bitte die richtige Farbe wählen. Das muss sich perfekt in das Bild einblenden lassen. Nicht so einfach, aber wenn es mal die richtige Farbe ist, macht das tierisch viel Spaß. Also ausprobieren, dann findet man den richtigen Ton. Einfach einen Tupfen drauf geben, verblenden. Wenn sich das gut einblendet, das ist deine Farbe. Also wenig, gewusst wie eingesetzt, kann jedermann auch Make-up tragen. Das ist gar nicht die Frage, ohne dass es irgendwie komisch oder zu geschminkt ausschaut. Das würde niemand sehen, der nicht weiß, dass dein Make-up drauf ist. Ich finde auch cool, dass du so mutig bist und dich gemeldet hast. Weil ich denke, es geht vielen Männern so, die ein Problem haben mit Rötungen oder Rosazea, dass das auch wirklich vielen Menschen helfen kann, wenn sie wissen, wie sie etwas abdecken können, ohne dass es eben ausschaut wie geschminkt. Im Bart musst du darauf achten, dass du, wenn du mit Make-up arbeitest, nicht in den Bart das Make-up reinmachst, weil das sich sonst um die kleinen Härchen sammelt. Schaut komisch aus. Drei-Tage-Bart hat aber einen großen Vorteil, wenn du ein Drei-Tage-Bart tragen möchtest, dass es schon ziemlich viel kaschiert. Das heißt, da spielt sich das eher zum Positiven. Wer sich den wegrasiert, ist wichtig dabei, dass du regelmäßig deine Klingen häufiger wechselst. Denn umso schärfer die sind, umso weniger wird die Haut irritiert. Bitte in Wuchsrichtung der Härchen rasieren und nicht dagegen. Das ist auch nochmal wesentlich sanfter. Und dann bitte einen Rasierschaum verwenden, ohne Zusatzstoffe und Duftstoffe. Seit einem Jahr trage ich einen Bart. Mal länger, mal kürzer. Aber das ist dann doch immer ablenkt. Du merkst, ich arbeite mit der ganzen Fingerkuppe, nicht nur mit dem oben drauf, sondern ich probiere hier schon, das auch immer soft und weich aufzutragen. Ich finde das vom Effekt her vollkommen ausreichend. Ich brauche keine spiegelglatte Oberfläche, ich brauche nur die Rötungen reduzieren. Also ein bisschen Rötungen finde ich okay. Aber dass es eben nicht so punktuell ist, sondern dass es eher zurückgenommen wird. Ich habe ihm dann einfach mal meine Hand hingehalten mit ein bisschen Concealer auf dem Handrücken. Hat ihn einfach genommen, aufgetragen, hat top verteilt. Also er hat da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und kann das gut auch umsetzen und einsetzen, was ich ihm gesagt habe. So, bei der Nase bitte so aufpassen, dass du hier wie mit einem Stempel drüber gehst. Weil du hast hier genau auf der Nasenspitze ein paar Rötungen. Und da musst du fast mit zwei Schichten Concealer drüber gehen. Das wird auch die sensibelste Stelle werden, weil du da relativ, man arbeitet relativ viel mit der Nase. Oder man geht sich mal an die Nase, weil was juckt. Da immer mal wieder nachchecken, ob das alles da ist, wo es hingehört. Wichtig dabei ist auch, dass du die Haut wieder abends reinigst. Und gegebenenfalls, wenn du abends ein Medikament auftragen musst, wirklich Haut reinigen. Medikament auftragen, Einwirkzeit beachten. Und danach kannst du nochmal eine Abendpflege drauf geben, dass die Haut optimal versorgt ist. Puder, loses Puder ist besser als gepresstes Puder. Gerade bei Rosazea Haut, um das hygienisch sauber zu halten, den Pinsel immer regelmäßig auswaschen. Ich würde sagen, bei Puder ein-, zweimal die Woche mindestens. Ich gebe immer beim losen Puder was in den Deckel rein. Dann kann ich das auch gut einschätzen, wie viel Puder auf dem Pinsel ist. Abklopfen das Ganze und dann in tupfenden Bewegungen und nicht in kreisenden Bewegungen. Also wirklich richtig schön eintupfen. Ansonsten sind trockene Stellen, schauen dann durch die Aufstellung von Hautschüppchen noch viel trockener aus. Wow, ist super. Und die Augenbrauen einfach nach oben bürsten, sodass da keine Puderreste drauf sind. Du darfst einmal deine Brille anziehen, damit du auch siehst, was ich hier so mache. Perfekt. Schaut cool aus. Also schaut nicht aus, als ob Make-up drauf wäre. Alle Rosazea-Rötungen sind abgedeckt. Ich finde es schaut cool aus. Du hast sogar noch so einen kleinen Reflex in der Haut, das immer sehr, sehr natürlich wirkt. Und ja, ich würde mal sagen, ein perfektes Ergebnis. Ich werde es auf jeden Fall regelmäßig anwenden. Ich hatte ja auch vorher schon eher leidenhaft, aber vorher schon angefangen zu schminken. Und ich werde das jetzt so anwenden, wie ich das heute gezeigt bekommen habe. Und ich denke, es wird auf jeden Fall besser, weil ich ja auch mehr Selbstwertgefühl dann auch habe, wenn ich mit anderen Menschen spreche. Und ja, dieses Gefühl, dass jemand mich die ganze Zeit abscannen würde, ist, glaube ich, dann auch weg. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut aussieht am Ende. Und eigentlich ist es ja wirklich nur, es ist schnell gemacht und es sieht sehr natürlich aus. Ich bin zufrieden. Komplett.